Musik Wir befinden uns da in unmittelbar nähe vom Alp Miglerdorf hoch Brixen. Auf 1350 Meter Seehöhe, wo wir eine große Anlage aus Schneegebäuden, sprich Iglus, aufgestellt haben. Das Besondere an unserer Anlage ist, wir haben neben dem Iglu Hotel eine riesengroße Eisausstellung. Und das Highlight der Eisausstellung ist auf jeden Fall unsere Iglu Kapelle, wo man auch Hochzeiten abhalten kann, wo es Taufen gibt, Hochzeitsanträge und dann haben wir auch ein großes Iglu-Restaurant, wo man sich zum Abendessen einfinden kann. Das Publikum ist gemischt. Wir haben eigentlich alles da, von den Abenteurern über Professoren, über Lehrer, ein komplettes Publikum. Alle haben es eines gemeinsam. Sie suchen einfach ein gewisses Abenteuer, gewisse tolle Event-Lokalitäten, um einfach was Tolles, was Einmaliges zu erleben. Und das versuchen wir ihnen zu bieten. Musik 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 Vielen Dank.